Willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal und diesmal werde ich die Sachen mal ganz anders erklären. Ich mache nur meine normalen Videos und normale Erklärvideos und normale Musikvideos. Aber ich möchte nicht, dass jemand sagt, ich bin der Bruder von jemand anders. Stimmt nicht. Oder zweitens, ich sitze im Rollstuhl. Nein, ich sitze nicht im Rollstuhl. Hier, ich habe gesunde Füße. Also, sitze ich nicht im Rollstuhl. Ich bitte dich darum, hört damit auf, sonst wende ich euch bei der Polizei oder bei dem Duell irgendwo anders. Hört damit auf. Ich will groß werden, ich weiß, was ich erkläre und wie ich das mache. Und ich weiß, wie die Musik aufhört. Also, werde ich dich erwarnen dafür. Jetzt ist Schluss damit. Ausdöhnlich! Vorbei! Da werde ich die Grenze tätig durchsetzen und werde mich durchsetzen dafür. Meine Kumpels setzen mich ein und helfen mir. Und dafür wird es sein, es wird Konkurrenzen haben, wenn man sowas vermutet und sowas hört. Ich kann sowas nicht hören. Meine Kumpels werden natürlich auch sauer und verstehen, dass ich sauer werde. Und die wollen mir helfen. Auf Wiedersehen auf meinem YouTube-Kanal.